Als Lehrerin bin ich und meine Kolleginnen und Kollegen für dich und dein Kind da. Wir kümmern uns jeden Tag um dein Kind, dass es die beste Bildung und Förderung in der Schule erhält. Unsere Arbeit geht weit über das Unterrichten hinaus. Damit wir auch in Zukunft genügend Lehrerinnen und Lehrer haben, brauchen wir attraktive Arbeitsplätze mit guter Bezahlung. Nur so können wir auch in Zukunft diese Arbeit leisten. Dafür brauchen wir deine Unterstützung in dieser Tarifrunde. Ich bin Bärbel, Lehrerin aus Stuttgart.